wirken gebirge so so jetzt kann ich nach oben diese tolle aussicht gehört ganz allein mir wölkchengebirge jetzt muss ich mich ganz nach oben kämpfen so wir sind im wölkchengebirge angekommen am gipfel sollte es einen königssamen geben das wird eigentlich keine blablabla das wird keine einfache reise für mich mir wird doch so schnell kalt ach ja nicht vergessen dass du dich jederzeit orientieren kannst indem du die l-taste drückst so jetzt aber los ja nicht wundern warum ich ein leben weniger habe klein bin aber immer was getestet wir fangen einfach mal hier an hütte am fuß des wirkschengebirges wir gehen rein und hier ist es so k-k-k-kalt hallo prinz florian willkommen im wölkchengebirge wo mutige wanderer sich bis ins schwindelerregende höhen wagen am gipfel ist es besonders schön der perfekte ort um laut ins tal zu rufen das gibt ein tolles echo leider treibt sich im moment dieser unruhestifter dort herum also sollte man den gipfel besser meiden wir sind verzweifelt bitte befreit unseren berg ich gebe euch auch diesen wundersamen bitte bitte nicht mit uns natürlich helfen wir dir bestimmt ist es wieder dieser bose junior der überall sein unwesen treibt klettern wir bis hoch zum gipfel und holen wir uns diesen berg zurück und den könig samen auch der erste wundersamen gehört geht mal direkt hier weiter mit dem hallo es ist so frustrierend das ist das hat dieser unruhe stifter angerichtet und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern ich wollte so gern bis ganz nach oben und jetzt kann da nicht mal jemand etwas unternehmen zurzeit noch nicht dafür brauchen vier stück schwierigkeit drei sterne rutschpartie im platz der tal oha rutschig ich merke es das erste mal machen wir uns mal oha oha alter mein pilz auf jeden fall und ich habe mein pilz alter das ist ja richtig mies kann ich die aufschieben da ist ein zippel zippel alter ist ja übelst hier ich habe vergessen wie ich das äh alter hat der mir den einfach weggekickt so super eine münze ich hätte gern was ach so warte mal ich hab doch hier hallo gib mir mal meine naja jetzt kannst du an ipsi alter verrückt oha 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 vollmünzen ilfe das ist aber hier ganz schön wackel dackel du Äh, halt doch! Was? Bläh, 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 bläh. Äh. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Aber okay. Dann halt eben nicht. Sind dann noch Leute im Spiel. Ein bisschen mit Gnade. Hui. So, ähm, was ist das? Das ist so ein Panzer-Panzer. Äh. Verdammt! Achso, ich kann hier los. Eine neue Verruppe! Wuuuppi! Wuuuhaa! Oha! 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 Ich bin jetzt hier. Oha! Ich weiß nicht. Wow! Wow. So, the Russian is more ambitious. Oh, damn. Oh, ganz schlecht. Oh, damn. 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Oh, damn. Ah! For what, this is good. Oh, damn. Oh, damn. Jetzt geht es aber rund hier. Zack. Äh, wo müssen wir hin? Oh, mein Gott. Eine Uhu. 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 Powerkleber. Oha, was ist das denn für ein Hübler, gell? Oha, was ist das denn? Oha, was ist das denn? Oha. Oha. Alter, mach doch Pau! Okay, halt, wie spiel, was ist. Da ist das Ding. Aber wie komme ich denn da hoch? Alter! Ah, ja! Oh, ja! Gibiiiiiiiiii- Ausgeben head! Eates. Roth! Woohoo! B Воiii! Yeah yeah. Woohoo! ist das sucht rätsel der verstecke hinter alle versteckten wunder markt wenn du sie allein nicht findest suche zusammen mit freunden ich habe eine da oben gesehen aber das machen mann er spricht dass er doch was mit dem elephant Du Elefant, du. Schnüpp, schüpp, schüpp. Schnüpp. Nö. 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 Kannst du schieben? Oha. Oha. Oha, eine fehlt mir noch. Irgendwo. Er? Er, er wird doch. Er? wie soll denn hier der letzte sein so warte mal mal da ist ja so ist denn los einer fehlt mir egal zum nächsten level klimmsprung 2 abzeichen was junge ich hab mein kontroller nicht richtig was ist denn los hier inzwischen dahin dann da schwitzen mir schon die finger ist mir egal wo ich schlag kletter alter und da ich habe immer an dich geglaubt so oh Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Äh, nein, da war jetzt auch nichts anderes als an dem anderen Abzeichen, was ich als erstes hatte, oder? Öffnet die Tore für den Elefanten. Angriff der Spießerische. Spießerische, okay. Hm. Opa. 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 Blup, weg mir hier! Ah! Hap! Hibbi! Oh, wehe! Nein! Schade! Egal! Wow! Du blödes Vieh, was du bist! Hang! Vorbei mit lustig! Ah! Verdammt! Oha! Ich habe immer noch Herzglocken! Oh, damn! Was ist denn los? Mit meinem Kontrollland! Oha! 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 Ich wollte doch auf den Kopf hüpfen! Oha! 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 Oh! Oh! Ist wieder einer? Was mache ich denn nur? Oh, kann man auf dem Weg, der hierher führt, wieder wandern? Da bin ich aber erleichtert! Es wäre nämlich blockiert. Es war... Es wurde nämlich blockiert, als ich gerade hier angekommen war. Seitdem sitze ich hier fest. Und der Weg weiter nach oben ist auch blockiert. Das ist echte Gipfel! Apropos Weg, Gipfel. Wäre echt schön, wenn man da wieder hineinkäme. Äh, hinkäme. Ups, sorry. Vielleicht sollte ich auch den Auf... Alter, was ist los? Vielleicht sollte ich den Ausflug zum Gipfel einfach aufgeben. Ei, 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 ei. Ich kommst du her? Wuhu. Ups, ups. Alter, hab ich mich doch selber abgeschossen, ey. Verrückt. Die Timeline läuft. Hey, da musstest du ordentlich klettern, ne? Oh, auf jeden Fall. Oh, noch ein Secret gefunden. Hab Zeit. Blubberblasen. Mario ist am Start. Und er blubbert. Und blub... Oh, kann ich nicht so viel Blubber machen. Oha. 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 Guck mal her. Ah, aber noch nur einmal. Super geklettert. Ups. Ups. rigo. Oha. Ja ho. Verschnaufpause über den Wolken. Ah! Verdammt! Ok, wir können hier runter. Ok, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was, dann kommen wir wieder hoch. Also noch jede Menge zu sehen, zu sehen, zu sehen.